Und wir drehen mal hier ne Runde. Los geht's! Ok, da ist nichts zum kaputt machen. Das ist ja wieder eine Margo-Veranstaltung hier. Ja! Das war's. Soll ich schon mal einen dicken Soforti bin. Ja, na warte denn, du hast das kaputt. Na toll, so viel dazu. Das war ja dann einmal nichts. Tja, so ein Verbrecher. Ach, 84, los, komm. Mach das nicht. Na, denn nicht. Lässt das sein. Ach, guck auf 20 Cent. Das geht. Und hier gibt es mal Bücher. Book of Ra 6. Stinkekäfer. Schade, knapp daneben. Na, komm. Jawoll. Zehn dazu. So. 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 Kein drittes. Und die Nummer 20 nochmal Zwillinge und dann waren sie das schon wieder. Dann rütteln wir doch mal hier eine Runde. Los geht's. Dann rütteln wir doch mal hier eine Runde. Dann rütteln wir doch mal hier. Das ist ja wieder sehr spendabel. Eieieiei, die geht weg wie nischt. Läumchens. Was hier damit? Vielleicht bastelt er doch noch was vernünftige zusammen hier. Das ist doch schon mal der Anfang. Dann gehen wir jetzt auf 4. Ja. Es kommt mit jeden Fall nix, das Bild reicht uns schon. Ah, die 4 mag er wohl ja auch nicht. Einmal nix. Schade. Na dann halt mich. Und hier meine Wunder. Golden Glory. Golden Glory. Golden Glory. Das geht nicht. Und jetzt wieder geht'sулиern. JundМ-A? Ain wird etwas sehr. Das geht alles an, Djammer, Djammer. Los, noch was von Lüft jetzt, von Lüft dazu. Ah, du rück mal noch was raus, was schafft, ey. Und hier gibt es mal eine Wundervolle Spiele. Ja. 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 Ja, kriegen wir hier auch noch was hin. Ja. 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 ja der mega jackpot sieht aber anders aus klingelt er noch mal 18 oben drauf naja ok und hier kommen wir zwölf spiele rein da klingelt er schon mal selbst drückst du doch mal raus jypte jypte Und dann gibt es noch Nummer 12, Flamingos. Rechne mal zusammen. Na ja. Ok. Triple Flame ist heute mal dran. 2 Euro los. Vielleicht kommt der ja. So muss das aussehen. Idealfall so. Na. Zarte Zitronen. 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 Die Abzeiten lief das hier besser, muss ich ja ehrlich sagen. Das war das, auch Triple Flame will nicht. Und hier mal eine Runde Rudin. Oh, Rudin will heute nicht, oder wie? Nicht wirklich. Eieieiei, schwache Kiste, Verlängerung. Junge, junges Wort geht sich da hoch. Nur aber los. Also für 20 Freispiele ist das echt nix. Für die Katz 5,70 Euro. Na Wahnsinn. Und eine Runde Doppelbuch. Und noch was schön holen. Los, komm. Gebt dir Mühe. Geier oder so. Da ist er. Hehehehe. Ja, mal. Keine Verlängerung. Da sind sie, 15 dazu sind 30, für alle die dich nicht zusammenkriegen, 4. Ich könnte immer vollkloppen. Ich könnte immer vollkloppen. Fünf wollen wir davon sehen. Wir gehen los. Zwei. Jawoll. Einmal voll. Zwei. 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 Ha ha, Schada. zwei langsam füllt sich unser speicher na 10 Sekunden Jawohl. Sechzig. Sechzig. Mensch, könnt ihr doch den Valken mal fünfmal Rinddonnern hier eh. Das wäre doch echt nett. Da haben wir dann eine Verlängerung und einen großen Rücken. Jetzt nähern wir uns die Wände entgegen. Nummer 60. Da macht er nochmal voll. Sehr schön. Schöner Abschluss. So muss das. Hübsch, hübsch, hübsch. Das war doch ja nicht mal so übel. Sauber. Jut, ey. Und mal eine Runde faules 2 Uhr Einsatz. Na, die Dame. Oh, wo steckt sie denn? Drei. Na, Wahnsinn. Na, die Dame. Ne? Ja. Na, die Dame. Na, die Dame. Mehr wie drei hat er wohl nicht. Nummer 10. Auch kein Vollbild. Aber vier. Na ja, wenigstens was. Puffi. Und wir gucken mal hier rein. 4,50 Euro. Los geht's. Na komm. Wurde ich noch ein bisschen mehr. Schwache Kiste. Das sind 27 Euro. Na ja. Und hier gibt's mal eine Runde. Lord of the Ocean 6. Zwei Uhr Spiele Einsatz. Ha, der Nackedei. Ah, der Nackedei. Nur Zwillinge drinnen. Oioioioioioioi. Hübsch. Hübsch. Herzch. Verlängelung. Jawoll. 10 dazu. 10 dazu. 10 dazu. 10 dazu. Und Nummer 20. Keine Verlängerung. Schade. 192. Damit können wir leben. 202. 202. 212.